Musik Mein Name ist Yves Debocht, ich bin 24 Jahre Schulmeister am Schulzentrum Erbülding. Mein Name ist Lucien Weiss, ich bin Schulmeister am Schulzentrum Erbülding. Musik Mein Motivation für Matzen, ich muss sagen, war einfach, hier aus der Schule rauszugehen. Auch zu sehen, was in anderen Ländern an der Schule ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ganz viel dabei gelehrt, was immens motiviert, wenn ich rumkomme. So fand ich, ich habe ein Ries. Ich habe ein Feier- und Feier-Projekte gemacht und schon öfters kann er Matke holen, ganz kurz durch Europa. Und die enke Matke von den Schülern, die immer wieder dabei sind. Ich finde, sie lernen immer selbst Vertrauen bei. Sie lernen vielleicht Sprachenbarrieren. Nicht so schwer zu halten, sich mit Träuen oder an andere Sprachen zu sprechen. Und sie lernen auch mit den Schülern, Ausländischen Schülern, kommunizieren auf diverse Art und Weise, wie wir das an der Schule nicht können machen. Musik Das ist für mich immer wichtig, wenn man nicht rumkommt, ich finde immer gedauert. Und ich denke, es ist ein bisschen, wenn man nicht rumkommt, wenn man nicht rumkommt. Das ist ein bisschen, wenn man nicht rumkommt, man nicht rumkommt, man nicht rumkommt. Das ist ein bisschen, wenn man nicht rumkommt, man nicht rumkommt, man nicht rumkommt. Man muss finanziell machen, man muss das auch gut schaffen und kann motivieren, und leeren Personal motivieren. Musik Musik Durch die Projehen, als in Rumänien und in Grieße Freundschaft entstanden, haben wir uns neuerdings einen Schülern-Saal-Nomie benannt. Denen herrscht Saal-Debocht, die waren ganz überrascht, wie es der Hofer kam. Und sie haben nicht geliebt, weil sie waren der Meinung, der den dort müssten eher Saal-Nomieben benannt gibt. Musik 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 Musik